Liebe Österreicher und Österreicherinnen, vor allem möchte ich meinem Dank sagen, dem Herrgut, dass wir diese Stunde für Österreich erleben konnten. Wir werden, was wir in diesen zehn Jahren erhofft und erstrebt haben, frei sein. Fiegl hat ein Ziel, den Abzug der Besatzungstruppen. Er verhandelt unermüdlich. Doch der Weg dorthin ist steinig. Noch lebt Österreich von Hilfe aus dem Ausland, kann aber durch den US-Marschallplan aufholen. Noch immer sind Tausende in Gefangenschaft und kehren, wenn überhaupt, erst nach und nach zurück ins besetzte Österreich. Wenn ich in meiner Eigenschaft als der für die österreichische Regierungspolitik verantwortliche Bundeskanzler auf das zu Ende gehende Jahr zurückblicke, so stellt sich bei Betrachtung des Erreichten und des Unerfüllt Gebliebenen eine Tatsache von selbst in den Vordergrund. Dass es nämlich auch im Jahre 1949 noch immer nicht gelungen ist, den österreichischen Staatsvertrag zu einem für uns befriedigenden Abschluss zu bringen. Wir wissen um die Zeit. Wir wissen um die Zukunft. Daher wird dieses österreichische Volk nach wie vor an der Arbeit bleiben, zuversichtlich und stark, um seine eigene Demokratie aufzubauen, im Hinblick auf die Verantwortung für das eigene Volk und für die ganze Welt. Kein Staatsvertrag unter Bundeskanzler Fiegl. 1953 muss er Julius Raab Platz machen. Eine harte Probe für die Freundschaft. Im Herbst ist Fiegl wieder da, als Außenminister. Dem Raab war der Fiegl eine Herzenssache. Er wusste schon, dass er ihn kränkt, dass er gekränkt ist, dass er nicht weiterhin Bundeskanzler ist. Und er hat darauf geschaut, dass der Fiegl nicht das Gefühl hat, dass er jetzt auf einmal nichts ist. Er hat das ihm zum Außenminister gemacht. Als Außenminister hat der Fiegl de facto die Staatsvertragsverhandlungen geführt. So auch bei der Berliner Konferenz 1954. Doch es gibt wieder keinen Durchbruch. Nachdem die Österreich-Frage auch auf der letzten Sitzung nicht gelöst werden konnte, trennten sich die Außenminister. Obwohl wir in unseren Zugeständnissen bis zum Äußersten gingen, scheiterten aber alle Bemühungen an den unannehmbaren Bedingungen des sowjetischen Außenministers. Denn die Sowjets wollen ihre Soldaten auch nach Abschluss eines Staatsvertrages in Österreich stationiert lassen. Ein Jahr später geht im internationalen politischen Tauwetter ein Fenster auf. Eine österreichische Delegation wird nach Moskau eingeladen. Die Einladung war ein positives Element. Und wir haben schon gedacht, bitte ohne ein Ergebnis werden sie uns nicht heimfahren lassen. Man hat auch in Moskau dann jeden Tag während der Verhandlungen, wurde Fiegl beauftragt dann, die westlichen Botschafter, also England, Frankreich, Amerika, USA, zu informieren über den Fortgang der Verhandlungen. Das hat man getan, um ja nicht den Westen den Eindruck zu erwecken, man will jetzt da sich mit den Sowjets unter eine Tuche legen und unsere westlichen Kontakte aufgeben. Die heiklen Fragen, Österreichs Neutralität, dass sie nicht aufgezwungen, sondern freiwillig ist und Zahlungen für Fabriken und Ölfelder in sowjetischer Hand. Der Durchbruch gelingt. Die österreichische Delegation landet am 14. April in Bad Füßlau. Liebe Österreicher und Österreicherinnen, vor allem möchte ich meinem Dank sagen, dem Herrgott, dass wir diese Stunde für Österreich erleben konnten. Wir werden, was wir in diesen zehn Jahren erhofft und erstrebt haben, frei sein. Der Fiegl hatte vom Fleck weg eine dicke Aktentasche festgehalten und das war der Staatsvertrag. Er hat dort alle Unterlagen für den Staat, den ausgearbeiteten Staatsvertrag mit allen Korrekturen, allen gehabt. Das war sein Werk. 13. Mai 1955. Österreich steht im Blickpunkt weltweiten Interesses. Nach einem letzten, keineswegs leichten Ringen, wurden die noch strittigen Klauseln des Staatsvertrages endgültig festgelegt. Die Außenminister der vier Großmächte treffen in Wien ein. Never have I felt more satisfaction that I now feel in coming to Vienna to sign the treaty which will at long last make Austria free and independent. Dem sammeln ist die große Sache für den österreichischen Nationen und für die Veränderung der Welt in Europa. Doch vor der Unterzeichnung passiert Unglaubliches. Alle sagen ja, doch der ehemalige KZ-Häftling Fiegl sagt nein. Dass Österreich mit Schuld am Krieg sei, das dürfe nicht im Vertrag stehen. Ob das jetzt ein riskantes Spiel war oder ob man sich vorher ein bisschen versichert hat, das ist schwer zu sagen. Und interessanterweise war Molotow der erste, der gesagt hat, okay, wir akzeptieren das. Und die westlichen Außenminister haben gesagt, gut, wir sind so nahe am Ziel, also wir werden das auch akzeptieren. Er hat natürlich ein hohes Prestige gehabt aufgrund seiner KZ-Vergangenheit. Und das hat für Österreich gut getan, weil natürlich immer der Vorwurf für Österreich-Kollaborateure und so weiter, dass da jemand da ist, der das Gegenteil demonstrieren kann, ad personem. Tags darauf ist es soweit. Nach 259 Verhandlungen bekommt Österreich den Staatsvertrag. Die Außenminister der Sowjetunion, von Großbritannien, den USA und Frankreich unterzeichnen. Leopold Fiegl ist am Ziel und spricht die legendären Worte. Österreich ist frei! Die Leute haben gesagt, Staatsvertrag, Staatsvertrag. Und ich habe also den Fiegl, den Staatsvertrag in die Hand gegeben. Und da hat also ein Beamter vom Bundeskanzler gesagt, bist du ein Wahnsinnig, wenn du den fallen lässt? Und ich habe gesagt, den hat er so härter, warum, den lässt du schon nicht fallen? Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.